Am 12. September 2030 tritt die Bundesregierung zurück. Ausgelöst wurde der Rücktritt durch eine Geiselnahme sechs Monate zuvor. Am 15. März gelangt ein älterer Mann unbehelligt in das Firmengebäude der ProLife AG und nimmt im obersten Stock des Gebäudes den Vorstandsvorsitzenden als Geisel. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der ProLife AG. Der M-Faktor. Der M-Faktor, kommen Sie. Ich habe mich schuldig gemacht, aber im ausdrücklichen Einvernehmen mit der... Wie wir gerade mitbekommen, ist die Live-Übertragung der Geiselnahme aus irgendeinem Grund gerade unterbrochen. Wie es aussieht, hat es gerade im Büro des Vorstandsvorsitzenden, dem Ort der Geiselnahme, eine Explosion gegeben. Sekunden später, um 21.24 Uhr, stürmt ein Sonderkommando das Gebäude. Hagen Sandhorn und sein Geiselnehmer werden nur noch tot geborgen. Der Geiselnehmer wird später als Sven Daru identifiziert. Sein Name bleibt lange Zeit das einzige Detail, das der Öffentlichkeit preisgegeben wird. Damit beginnt für die Journalistin Lena Bach eine Recherche auf den Spuren des vermeintlichen Attentäters. Eine Reise durch die Bundesrepublik des Jahres 2030. Einer Zeit, in der die Forschung dem wohlhabenden Bürger zu besserer medizinischer Versorgung und damit einem immer längeren Leben verhilft. Konzerne wie die Pro-Life AG haben die stark wachsende Zahl der Rentner als Zielgruppe erkannt. Besser leben im Alter, verspricht das Konzept von Pro-Life. Doch was könnte der Grund sein, den Vorstandsvorsitzenden eines solchen Konzerns als Geisel zu nehmen? Die Antwort wird sie mit einer sozialen Wirklichkeit konfrontieren, die man sich im Jahr 2007 noch nicht vorstellen wollte. So habe ich mir das wirklich nicht vorgestellt. Wie meinen Sie das? Das ist mit der Einheitsrente. Und erklären Sie mir mal, wie man mit 560 Euro im Monat auskommen soll. Wenn du Miete und Krankenkasse bezahlt hast, kannst du dir doch nur noch das Wasser aus dem Hahn leisten. Eine Wirklichkeit, in der alte Menschen zu Verbrechern werden. Irgendwann ging es meiner Frau immer schlechter. Dann haben wir angefangen, uns die Mittel anders zu besorgen. Dann sind Sie in die Apotheken eingebrochen? Ja. Nach meiner Inhaftierung musste meine Frau die Mittel wieder auf dem Schwarzmarkt besorgen. Die Billigen Plagiate. Daran ist sie dann schließlich gestorben. Eine Zeit, in der sich alte Menschen nur noch als Ballast fühlen. ... im September 27 Multiple Sklerose bei ihm festgestellt haben. Bei einer Selbstbeteiligung von 50 Prozent wären also 140.000 Euro in den nächsten Jahren auf uns zugekommen. Mein Vater brachte sich am 14. Oktober 27 um. Immer tiefer wird die Journalistin durch ihre Entdeckungen in eine Geschichte hineingezogen, die eine Regierung am Rande der Handlungsunfähigkeit zeigt. Sie folgt der Spur bis nach Afrika und gerät in eine Verschwörung. Komm! Eine Verschwörung, in der der Staat die traurige Hauptrolle spielt. Oh Gott, das sind Särgel. Hi, mein Name ist Lela Bach. This is an emergency call. 2030, Aufstand der Alten, führt uns 24 Jahre in die Zukunft. Eine Zeit, in der der Anteil der Alten so rapide angestiegen ist, dass viele Rentner ums Überleben kämpfen. Der Film führt uns in eine Zukunft, von der wir hoffen, dass sie nie wahr wird. 2030, Aufstand der Alten. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020